Jetzt wird es aber bergab gehen mit dem Leben. Komm ich da noch rüber? Hat sich nicht gedreht. Aber es könnte hinkommen. Vielleicht. Vielleicht ist er jetzt wieder da. Vielleicht ist er eben gerade einfach noch nicht geladen worden. Ach, da ist er wieder. Schön. Ja, wie ich gesagt habe, es geht jetzt abwärts mit dem Leben. Eben, ich bin jederzeit. Euer ist zurückgezogen. Ich bin ich nicht. Das ist zurückgezogen. Ich bin ich jetzt. Ich bin ich nicht. Ich bin ich. Ich bin ich. Okay 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 Ich glaube, mir fehlt aber gar nicht mehr so viel bei The Room 3. Bäh, jetzt nicht. Doch, hätte noch funktioniert. Aber beim nächsten Mal dann. Jetzt. Das ging doch schon mal gut. Ihr wart mal ab. Der Ton gerade gefehlt. So. Haben wir es jetzt. Gott sei Dank. Jetzt müssen wir nur noch das Level normal schaffen. Wuhu. Ich geb mir mal noch ein bisschen Tee ein. Wiesel stöbern. Das heißt, man kann gar nicht alles machen. Also man kann, also man hat optionale Sachen, die man machen kann. Hört sich jetzt so danach an. Yay. Auf geht's. Aber ich denke mal, das wird jetzt nicht so ganz problematisch wie vorhin. Das mit dem Edelstein. Ich werfe das immer durcheinander mit Kristall und Edelstein. Schlimm ist es. Was sagt denn die Uhr überhaupt? 43. Was sagt denn die Uhr überhaupt? Ich glaube, wir machen Crash einen Ticken länger. Ja. Ähm. Ähm. Weil. Tony Hawk mache ich, glaube ich, sowieso nicht zwei Stunden. Deswegen. Könnt ihr mir mal bitte sagen, dass die Hitboxen scheiße sind? Das wäre ganz nett. Okay. Ich glaube, das ist wirklich viel zu gut sind. Ich glaube, wir brauchen das. Ich glaube, die ist komplett eigenartig. mal so langsam das Bonus-Level bekommen. Hitboxen sind nicht unkritisch. Vielen Dank. Ja, dann habe ich eine Zustimmung. Das bringt mir das. Das, das... Das fühlt sich gut an. Dann heißt das nämlich nicht, dass die Yuya einfach nur beschissen... Puh. Dass die Yuya nicht nur beschissen spielt, sondern dass es tatsächlich auch mit am Spiel hängt. Warum geht die nicht kaputt? Das ist doch ganz gut dabei. Ja, jetzt mittlerweile. Jetzt gerade im Moment schon, ja. Aber wenn man das so als ganzes betrachtet... Näääh. Naja. Checkpoint! Ja. Das war... Ich weiß eigentlich, was ich mir dabei gedacht habe. Alles klar, Platin, OLP. Vielleicht bis nachher, aber schon mal vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wie viel Leben haben wir denn noch? Muss ich jetzt auch fassen? 15. Ach, Mann, ey. Die sind konisch, die Teile. Ja, das war jetzt okay. Wo hab ich die denn hergehabt? War es schon wieder eine Mitleidsmaske? 60 von 60. Das ist doch der Wahnsinn. Huh. Können mich alle mal kreuzweise an der Puppe schmatzen. Ich hab's jetzt leider nicht gesehen, ob ich die wirklich berührt hab, diese Plattform. Das ist so traurig. Das ist so traurig. So. Jetzt haben wir da mal. Ah. Ah. Nee, aber Crash 1 ist echt schwieriger als Crash 2, ganz ehrlich. Ich stell mich jetzt auch ein bisschen an. Da muss ich auch dazu sagen. Ja, mein Plan ist fast abgeschlossen. Und das verdanke ich dir, Crash Bandicoot. Engine, was ist los? Was passiert da? Steht sie etwa unter? Signal? Crash, Cortex will mit den Kristallen nicht die Planetenenergie eindämmen. Er will sich für den super Cortex-Vortex nutzen, den er auf seiner Raumstation gebaut hat. Mit nur einem Schuss wird er der Strahl die ganze Welt erfassen und alles zu Cortex-willenlosen Sklaven machen. Crash, er darf die Kristalle nicht bekommen. Ich hab doch schon alle Kristalle. Gut, dann würde ich sagen, kämpfen wir jetzt gegen Neo Cortex und dann müssen wir sowieso machen, um, glaube ich, die Rennenfunktion zu kriegen. Glaube ich mal. Ja. Ach so. Da war ja was. Ja. 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 Komm, wir gaysen. Nummer 1. Mann, der ist so träge. Viel träger als... ...in den normalen Flugleveln. So. Äh, dit war mal easy. Lauf schnell, indem du beim Laufen R2 gedrückt hältst. Du wirst mich wiedersehen, Crash Bandicoot. Crash, was siehst du, was aus Cortex geworden ist? Und was ist mit dem Cortex Vortex? Er ist noch da oben. So, das war jetzt das Nicht-100-Prozent-Ende. Da gibt es nämlich noch ein anderes. Penis, Penis. Okay, ähm. Ich würde ja ganz gerne hier oben damit anfangen. Mit den Speedruns. Ich nenn's mal so. Aber das ist so schwierig hier oben. Wofür haben wir noch Edelsteine? Das ist 40 von 42. 40 von 42. Das bestimmt... Das ist ne gute Idee. Erstmal nach den Edelsteinen zu gucken. Das ist bestimmt in dem Extra-Warp-Room, dass da noch was fehlt. Tiger. Mega. Oh! Snowbiz. Da fehlt mir was. Ein Edelstein.